Hey Thomas, gib Gas. Hey Jungs, komm ihr habt den Teil schon gesehen. Thomas hebt sich die Kante mit uns. Mann, Mann, Mann. Wenn nicht, hier reingucken und auschecken. Drück mal in die Mitte rauf. Einmal kurz. Drück mal nochmal. Hallo. 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 Super. Hast du jetzt hier hinten schon mal drin? Genau. Die kleine Schreibung. Ja, ja, okay. Dann sind wir alle hingerannt und dann war gut. Ja, so hat hier nichts. So, guck mal, jetzt hast du hier die Steigung. Ich bin schon ein bisschen anspruchsvoller. So war easy. Schaffst du auch mit Halbjahrs. Wenn du so eine leichte Quote hast, dann darfst du nicht langsamer werden. Weil selbst da oben fahren die sich fest, wo Zuck lose ist. So, das machen wir nochmal. Film dich nochmal. Schöne Seitenaufnahme. Polaris hochhüpfen. Ja, easy going. Was der Scheiß. Ja, dann zeig dir meinen Hügel, den ich ja erst hab. Aber der ist nur für wirklich erfahrene. Hier hebst du ihn. Der hier. Aber der ist zu schräg da oben. So, wisst du. Genau, genau. Jetzt hab ich hier ihn auch gemacht. Mit Steven. Also hier, Steve. Aber wie gesagt, wenn du Angst hast, dann ist es scheiße. Naja, deswegen. Als Steve damals hätte ich ihn mal ideal. Naja, deswegen. Ja, richtig. Ich fühle dich mal ein bisschen durch die Grube. Hier wolltest du gerade runter, ne? Ja, da muss man nochmal aufpassen. So. Hier noch einen schönen Schlenker hier oben. Das ist echt ausgespürt. Wo es so doll geringet hat. Normalerweise war hier eine ganz sanfte Hochfahrt. Weil... Voll ausgefahren, ey. Also, weiß ich nicht. Naja, deswegen. Nee. Muss nicht sein. Ich soll ja noch halten für Backwitz. Naja, da hinten... Ja, nee. Da hinten jetzt ganz tief runter. Da ist so ein Ausflug. Aber wir können da hinten nochmal hochfahren. Und dann so. Oh, ich bin so hart. Ich hätte mich voll einsaugen können gerade. Hahaha. haha das ist ein Wuchatete rum und jansen wartet mit der grube da hast du halt hier hinten noch so einen kleinen hochweg aber dann wollen wir da runter kommen wo es ausgespült war wollen wir ein bisschen schlamm machen? wo so ganz extrem kalt war früher, wo ich mit Maika alleine war, da sind wir hier rechts in den wald drin, also im winter da war alles überschwemmt und dann war richtig flacher see zwischen den bäumen und da haben wir uns dann so richtig drifts und so zwischen den bäumen, mega ey, super geil wo ist denn ein Tacho? Alter aber war ok ich komm nicht vorwärts warte warte, ok, minus 2, minus 3 hier vorne sind wir dann drin und dann sind wir da nichts von wegen euer Abonnent wie weit ist das von hier? ja, 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 naja wir müssen bloß thomas mal kurz zur hauptstraße bringen alter der wäre jetzt ohne db-killer leider woher sind wir ja vorhin rum? ich will nicht machen, wo irgendwelche Scheiße ist, wisst du? ja, das wäre jetzt überall am Wasser sein der ist wirklich eng, also wir fahren genau neben dem vorbei ja, das ist nicht so übel aber das ist mir denn alles nichts so, wisst du? ich war heute reich, das ist auch so warm ja, das einmal noch mach doch mal noch kann man sich nicht mehr raus wir sind knapp und müssen Sie�� It doesn't even matter